Guten Nachmittag. Ja, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann werden sie schon längst verboten und so weiter und so fort. Alles in Ordnung. Ich halte auch nichts von den Parteien, ich halte nichts von den Wahlen, ich halte von dem ganzen Zauber nichts. Aber, und jetzt wird es, sagen wir mal, interessanter, weil die Landtagswahlen kommen jetzt in Niedersachsen und das betrifft alle Wahlen. Und zwar folgender Gedanke. Und das bitte ich zu berücksichtigen. Also, Your Pokémon Trainer schrieb, verstehen Sie mich richtig, die Wähler der SPD und der Grünen sind sehr zufrieden. Gut, die der Altparteien überhaupt, ne? Für diese Leute, mögen sie auch noch so blöd sein, ist meine Anmerkung jetzt, das ist aber Quatsch, darum geht es nicht. Für diese Leute gibt es keinen Grund, nicht zu wählen. Wir sind unzufrieden. Und wenn wir keine Gegenstimme bieten, dann zeigen wir damit, dass uns der Ausgang der Wahl egal ist. Ja. Ob wir das nur zeigen oder, darum geht es nicht. Aber dann gewinnen auf jeden Fall die anderen und der ganze Blödsinn geht so weiter. Ja, dann habe ich geschrieben, guten Morgen, Sie sind der Erste, der mir nachvollziehbar erklärt hat, warum es richtig sein kann, zur Wahl zu gehen. Danke. Und er schrieb, wow, ich fühle mich geehrt, vielen Dank. Ja, und das sollten wir uns, also nochmal, das sollten wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sehe gerne in den Kommentaren dann, also von mir aus schreibt das da gerne rein, was ihr von der ganzen Sache haltet, weil, ja, ich weiß, dann kommen zig blaue Herzen und nur AfD und, ja, ist jetzt vollkommen egal. Aber, nochmal, wenn die anderen zufrieden sind und wie immer als Stimmvieh zur Wahl gehen, dann wählen die diesen Blödsinn weiterhin. Wenn wir nichts anderes wählen, dann gewinnen die Haus hoch. Ich hoffe, ich habe das so logisch erklärt, wie es mir jetzt auch logisch erscheint. Und deswegen sage ich neuerdings, ich gehe zur Wahl. Und wenn es die Wahl des kleineren Übels ist oder was auch immer, das ist vollkommen schnuppe. Und, wie gesagt, keine blauen Herzen und alles scheiße und blödes Rumgeschreibe und Rumgemecker, sondern darüber nachdenken. Ein wichtiges, also ein gewichtiges, müsste man eigentlich sagen, Gegenpotenzial bieten, sodass die nicht mehr machen können, was sie wollen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Der Herbst wird ja heiß und das sollte sich auch in den Wahlen ausdrücken, finde ich. Zumindest so ausdrücken, dass die Altparteien nicht mehr einfach so machen können mit uns, was sie wollen. Ja, na denn, nicht wegwerfen, hingehen, ist mein Aufruf. Dann könnte man vielleicht noch ein kleines bisschen ändern. Ja, bei alledem. Ich lasse mich gerne überzeugen. Und das hat auch was mit Bildung zu tun. Bildung hilft in meinen Augen. Und für die ganz Neuen hier, ganz einfach, bildet eure Enkel. Bei den Kindern sind sie ja meistens schon zu spät. Also, alles Gute, bis zum nächsten Video. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Und nach oben. Vielen Dank.